Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Weißes Mandelnougat. Weißes Mandelnougat, FRZ, Nougat Aux Amandes, ist eines der vielen französischen Rezepte zum Thema Nougat. Nougat Aux Amandes ist UA, eine Spezialität in der südfranzösischen Region Midi-Pyrenee im Süden Frankreichs, hier insbesondere der Stadt Castres. Für vier Portionen werden folgende Zutaten benötigt. 500 Gramm Mandeln, 300 Gramm Haselnüsse, 6 Eiweiß, 500 Gramm Zucker, 500 Gramm Honig. Folgende Utensilien werden benötigt. Küchenmaschine mit Schlagbesen, Terrine, Topf, Alufolie, Mörser und Stößel, Schneebesen, Teigschaber. Zubereitung Die Terrine mit Alupapier auslegen. Das gut gekühlte Eiweiß zu einem festen Eischnee schlagen. Die Nüsse miteinander gut vermengen. Einen Teil der geschälten Mandeln und Haselnüsse in einem Mörser zu einem etwas gröberen Pulver verarbeiten, auf keinen Fall zu fein. Diese Operation mehrmals wiederholen. Den Eischnee in eine große Schüssel geben und die Nüsse vorsichtig mit einem Schneebesen unter den Schnee heben. Honig und Zucker in einem Topf schmelzen lassen, circa 6 bis 8 Minuten. Diese Masse darf auf keinen Fall am Topfboden ansetzen. Immer wieder gut durchrühren. Den Topf vom Feuer nehmen und die Zuckerlösung unter die Nussmasse ziehen. Diese Masse gleichmäßig in die ausgekleidete Terrinenform gießen. Mit einem Teigschaber den Nougat glatt streichen. Den Nougat circa eine Stunde abkühlen lassen und danach für drei Stunden in den Eisschrank geben. Basis für Pralinen, Schokolade, Eis, Kuchen Diese Varianten gibt es. Pistaziennougat, Mandelnougat mit Ingwer Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!